So, da viele von euch das nochmal gewünscht haben, ja, habe ich heute nochmal den perfekten Sonnenuntergang für euch vorbereitet. Und sagt Bescheid, ja, wenn ihr genug Zeit von habt, dann drehe ich die Kamera um. Ich finde es echt schade, dass niemand von euch Bescheid gesagt hat, ja, dass ich die Kamera umdrehen soll, außer meine innere Stimme, ja, auf die ich mich immerhin noch verlassen konnte. Heute wieder im Outdoor-Studio, wie ihr seht, und das Thema heute tatsächlich noch nicht mal ganz um Krypto, sondern allgemein, ja. Ich glaube, ich habe schon, das ist schon ziemlich lange her, dass ich so eine Folge gemacht habe, nämlich so eine, ja, allgemeine Lebensweisheit. Ihr wisst ja, ne, ich bin aus dem fernen Osten, ich habe die Weisheit mit einem Löffel gegessen und vor allem, ja, direkt neben dem Buddha aufgewachsen. Dann muss ich ja einiges auf der Stelle für euch bereitgestellt haben und das ist tatsächlich so. Ja, ich habe vorher extra nochmal Google recherchiert, was so für Lebensweisheiten es gibt, die man allgemein auf jeden anwenden kann und auch direkt natürlich typischerweise in Form eines Live-Coachings, ja, an die Leute verkaufen kann. Also die ganzen Bücher, die es in die Richtung gibt, die können ja sowieso alle in die Tonne klatschen, ja, denn, ja, wer braucht schon Geld, da dran zu verdienen, wenn man das auch umsonst bekommt, ja. Denn, wie man so schön sagt, ne, best things in life are for free, also die echt guten Sachen, die bekommt man nicht fürs Geld gekauft, ja, nicht für, nicht mal für ein Bitcoin. Wobei für ein Bitcoin würde ich mir tatsächlich überlegen, ja, vielleicht da was zu verkaufen. Also, Lebensweisheiten. Das Ding ist natürlich, ja, wenn ihr, ob ihr jetzt Beamcoin zockt, ob ihr Aktien zockt, Optionsscheinen, was es alles gibt, ja, es gibt ja genügend Möglichkeiten, ne. Da ist Krypto nichts anderes. Krypto ist einfach ein ganz neues Vehikel, wo man uneingeschränkt sich austoben kann, ja, wie man möchte. Man kann heute auf morgen Millionär oder sogar zig Millionär werden, aber man kann auch von heute auf morgen alles verzocken, wie man, ja, wie man bei sehr vielen Leuten auch schon gesehen hat. Und, ähm, und das Ding ist natürlich, es ist jeden frei, ja, also das heißt, wenn ihr sagt, hey, ne, ich bin so eine Natur, dann mach das. Also, ich habe ja oft genug gesagt, äh, dass ich, äh, was, äh, was das Zocken angeht, nicht so der Typ bin, nicht, weil ich, äh, eine Abneigung dagegen habe, ja, so. Sondern, das kommt einfach aus meiner eigenen Historie, ja, für alle, die ganz neu dabei sind, ich habe das schon früher auch in den Videos mal öfters erwähnt, ähm, ähm, ich hatte 2007, 2008, ja, das war noch zu Zeiten, da gab es kein Trading View und so, ähm, ich habe mir damals aus Polen so eine Software gekauft, die hieß Amitrade, ne, und, da konnte man selbst programmieren, ne. Ich bin ja selbst aus der IT und ich habe da angefangen in dem Software selbst unterschiedliche Indikatoren selbst zu programmieren und die auch zusammen anzuwenden für unterschiedliche, ähm, Mark-Situationen. Und daraus ist tatsächlich ein System, ähm, entstanden, ich muss mal tatsächlich bei, ähm, Trade Signal, glaube ich, heißt das Forum, da gab es ein deutsches Forum, da, ähm, damals das größte und ich habe da dort auch regelmäßig meine Ergebnisse damals gepostet und, äh, hatte tatsächlich lustigerweise auch in der Hinsicht, eigentlich einiges an Coaching vergeben, ja, also für mein System und das System tatsächlich auch weiterverkauft. Ähm, das lief auch für mich selbst, ähm, also ich habe angefangen mit, äh, drei, 500 Dollar, ja, und habe mir selbst auch aus den Lehrbüchern entsprechend, ähm, diese, diese Beispiele genommen und auch Ziele gesetzt, ne, maximal drei Trades am Tag, ja, egal wie die sitzen, ob die drin sind oder draußen sind, also ob die im Plus oder Minus sind, egal wie es die, ähm, ausgehen, drei Trades am Tag, nichts anderes. Und das hatte ich halt drei Monate lang durchgezogen zu einem relativ turbulenten, ähm, Marktzeiten und, äh, war auch ziemlich stolz da drauf, ja, dass ich aus den drei, vierhundert Euro, äh, Euro, die ich damals hatte, direkt 30.000 gemacht habe, also ein 100x. So, ähm, und dann, äh, äh, ist nämlich das passiert, was mir dann bis heute praktisch, ja, die Lehre gegeben hat, zocken und so, ist nichts für mich. Denn, ähm, es war, ähm, es war, natürlich, ja, meine Schuld komplett, weil ich Anfänger bin. Ich kannte mich da nicht aus und, äh, da war ein Optionsschein zu dem Zeitpunkt, der genau, also, ne, für, für die, für die, für die Börsezeiten, Börsezeiten von der Cetra gab. Und da drauf habe ich gewettet, so. Und, ähm, das war aber so, dass die Cetra, ne, irgendwie, glaub, um Viertel vor sechs oder so, ja, dann natürlich zu macht, ja. Und, äh, ich hab gedacht, na ja, gut, kurz vor Schluss, äh, das Ding ist noch nicht verfallen, also geh ich da rein, ja, das ist ja irgendwie 20- oder 30-facher Hebel gewesen und, äh, das wird schon nicht, äh, ausgenockt werden, weil, ne, das ist ja schon am Schließen. Habe ich gekauft und, ähm, nach Börslicht, ne, nachdem Cetra geschlossen war, ist das trotzdem in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Also, hat mich ausgenockt. Und, äh, und, äh, und da drüber war ich halt nicht, äh, ganz glücklich, ja, und da hab ich gedacht, äh, das kann da gar nicht sein, ja, weil der offizielle Cetra-Schluss, ne, war natürlich nicht ausgenockt und, äh, ich ging dann davon aus, dass ich am nächsten Morgen wieder drin wäre, aber so ist es nicht und, äh, da war ich halt super sauer, steink sauer auf die Banken, ach, die böse Banken und so, ja, hab mir dann direkt nochmal einen zugelegt, ja, also für außerbörsliche, äh, Kurse und, äh, das waren, ich glaub, 50x, also nochmal verdoppelt oder so, verdreifach. Habe ich gedacht, dem wische ich jetzt aus, ja, mit meinem Gesamtkapital alles rein und alles auf einen Schlag verloren, ja. Das war die Geschichte und, ähm, das hat mir eben, ja, auch sehr zu bedenken gegeben, wie ich mit Geld umgegangen bin, denn das ist natürlich das Problem, ne, wenn das Geld online liegt, also ob das in Krypto ist oder in Online-Bank oder bei irgendeiner, ähm, Trading-Plattform, das sieht man halt nicht, ne, man bekommt nicht dieses Gefühl, wie viel es wirklich wert ist, man hat das nicht in der Hand, ja, und, äh, dann ist es natürlich so, dass, wenn man, was gewinnt oder verliert, es auch weniger zu schätzen weiß, ja, wie viel das auswirkt auf einen. Und das ist halt das Problem an der Stelle, ja, des Zockens, ähm, dass man praktisch diesen Draht zur Realität verliert, ja, wie viel Geld das tatsächlich ist. Und, äh, da habe ich mir dann, äh, gesagt, ähm, ne, ich, äh, keine Zockerei mehr, ja, ähm, und, äh, nur noch anständig irgendwas kaufen, ja, am besten so, ähm, Apple-Aktien oder sowas in der Art. Habe ich ganz lange gar nichts gemacht, ja, nur ganz normal arbeiten, gespart, äh, gesammelt, nebenbei vielleicht, äh, ein, zwei ganz kleine Aktien gekauft, aber nicht, äh, großartig. Ja, das ist so praktisch die Geschichte, wo ich für mich dann damals, äh, entschieden habe, keine Hochrisiken Sachen mehr, äh, ähm, reinzugehen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ja, alles, was Krypto ist, Hochrisiko, das ist richtig, ähm, nichtsdestotrotz, selbst in der Krypto gibt es ja eine gewisse, äh, ja, sag ich mal, ähm, Relation, ja, was Hochrisiko und was Niedrigrisiko ist, ähm, klar, die Regulation, also, die fallen weg, man ist, ne, praktisch ohne Schutznetz, aber diesen Schutznetz, den baut man, baut man sich eben selbst dadurch auf, indem man versucht, so viel wie möglich zu lernen und auch zu testen und zu probieren und versuchen, ja, dieser, dieser, hinter die Kulissen zu schauen und, äh, diese Methodik, ne, zu finden, wie man, äh, solchen Sachen aus dem Weg gehen kann. Man kann es nie hundertprozentig machen, ja, aber immerhin zu einem großen Teil meiner Meinung nach. Und, äh, das ist für mich selbst, ja, mein Weg, den ich gehe. Und, äh, wenn jemand eben um die Ecke kommt und sagt, hey, das ist, äh, der richtige Weg, denn es gibt keinen, den richtigen Weg, ne, denn jeder ist anders, ja, jeder ist mit anderen, ähm, Sachen aufgewachsen, mit anderen Erfahrungen aufgewachsen und vor allem auch, äh, andere Techniken und auch, äh, andere Fähigkeiten, ja, und diesen einzigen Weg, den es gibt, den, den gibt es eben nicht. So, das ist ja oft nur auf spezielle Krypto-Bezogen, da bin ich ziemlich weit abgeschweift. Eigentlich wollte ich auf alles außerhalb Krypto mich beziehen heute, ne, und zwar, also, wie kommt man jetzt damit klar, ja, dass man, sag ich mal, in der Krypto diese hohen Wellen hat, ne, also, sowohl, äh, großen Bären als auch großen, äh, Bullenphasen, ja. Ich meine, bei dem einen, ne, das war genauso, ähm, weiß ich noch, in dem höhen Punkt, äh, äh, im letzten Bullenmarkt hatte ich auch, äh, auf was beim Portfolio geht, das Doppelte gehabt, wie jetzt, ja, und jetzt habe ich, ich meine, ne, durch den Gesamt-Bärenmarkt gefarmt und 30, ca. 30, 4 mal 3 Prozent, ähm, zugelegt, ja, von, vom, sag ich mal, äh, tiefsten Stand, ähm, des, äh, des Portfolios, ja, und, äh, das ist obwohl einiges, ja, wenn ihr meine Videos verfolgt habt, dass ich, äh, sogar im tiefen Bärenmarkt abverkauft habe, das heißt, die ganzen Altcoins, ja, oder, und, ähm, so gesehen, trotzdem ziemlich gut gekommen, so. Also, was glättet jetzt diesen extremen Spikes bei mir aus? Das ist immer noch das, was ich trotzdem nebenbei mache, ja, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitgekriegt, der dieses ganzen, ne, Restaurant, ich habe da über 4 Jahre, 4,5 Jahre sogar ein eigenes Restaurant geführt, ja, und das habe ich jetzt letztendlich an meinen Partner abgegeben und, ähm, da war ich auch ganz, äh, ganz glücklich drin gewesen und, äh, das war eben dieser, ne, wie der Anker, ja, und das Schiff ist praktisch das, was durch die Welle ständig hin und, äh, hoch und runter, sozusagen, ähm, ja, äh, durch die Wellen, ne, und, ähm, dann letztendlich hat man, ja, ein, immer noch im Leben, ja, im echten Leben, weil Krypto ist natürlich, ja, in insofern nicht wirklich echt, weil es natürlich auf der Chain ist, das heißt, im echten Leben braucht man trotzdem, ja, so einen Anker, worauf man zurückgreifen kann, ja, wenn man sich mal auch davon Zeit verabschiedet oder auch nicht, ne, und, äh, das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor, dass man eben so einen Ausgleich hat, ja, für, für diese extremen, volatilen Sachen, die man in der Krypto hat. Das ist genau so nichts anderes, wie wenn man ein Portfolio aufstellt, ja, man macht zum Beispiel, ne, 50% der sicheren Sachen und 50% Hochrisiko-Sachen, ja, damit man, ne, man wird niemals den Markt komplett outperformen, aber man wird auch nicht der Letzte im Markt sein. Ähm, so in der Richtung ist es auch im Leben und das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, ja, was Krypto angeht, äh, zum Beispiel das Kryptoleben angeht, ja, und das ist, ähm, ein, ein, ja, also aus meiner Sicht zumindest eine große Falle, in die viele reintappen, nämlich, dass man für sich selbst ein gewisses Ziel setzt, ja, nach dem Motto, hey, ja, in einem Jahr Millionär oder in, keine Ahnung, fünf Jahren Millionär oder zum Beispiel jedes Jahr 50% plus oder sowas, ja. Das Problem bei sowas ist natürlich, man hat eine gewisse Vorstellung, ja, und, äh, auch zum Beispiel, ne, bei anderen Leuten abgeguckt, ey, die haben das erreicht, ja, oder derjenige hat das erreicht, also wird es auch für mich wohl machbar sein, ja, und man denkt immer, ne, vieles liegt in der Macht vor allem, denn man kann das selbst bewirken und das ist eben aus meiner Sicht ein Trugschluss, aber das meiste, ja, tatsächlich auch nicht nur auf Krypto, sondern im gesamten Leben ist tatsächlich zufallsbedingt, ja, man hat bei vielen Sachen das Gefühl, ja, das habe ich durch, ne, meine Leistung geschafft durch Hustling, ja, jeden Tag hinterher und so, ja, irgendwann wird es kommen und genau da drauf, ne, kann man ja genau nachweisen, wenn du etwas, ja, lang genug machst, ja, jeden Tag, jeden Tag, dann wird es per Zufall einfach irgendwann dazu kommen, das, was mehr daraus entsteht, als, ja, dass es nur alleine darauf baut, dass du es jeden Tag gemacht hast, ja, es gibt ja auch genügend Leute, die es jeden Tag machen und trotzdem nicht diesen Spark oder dieser explosiven Wachstum oder Erfolg sehen, ne, und das ist meine Überzeugung, dass sehr vieles überlegen, keine Ahnung wie viel, 70, 80, 90 Prozent einfach Zufall ist, ne, und dahingehend einfach zu sagen, hey, ich setze mir diese Ziele, ja, da will ich unbedingt hin und dann arbeitet man, arbeitet man dann darauf hin, nach ein Jahr, zwei Jahr, fünf Jahren ist man immer noch dort, äh, noch nicht dort, ne, da ist definitiv, ja, ein Burnout einzurechnen und, äh, und der zweite ist, selbst die wenigen, ja, die tatsächlich schaffen, ihre Ziele zu erreichen, vielleicht sogar, ja, in kürzere Zeit, als, äh, vorher, ähm, geplant oder, ähm, erwartet, die werden genauso in das gleiche Loch fallen, warum, naja, gut, du hast ja ein Ziel gesetzt, ne, ne, sag ich mal eine Million in zwei Jahre, ja, oder zehn Millionen in fünf Jahren, du bist da angekommen, was, was machst du dann, ja, setzt du dich komplett zur Ruhe, äh, hast du, ne, diesen ganzen Trubel nicht mehr, oder setzt du dir ein Ziel, der nochmal zehnmal größer ist, nur um zu sehen, dass du da dran zerbrichst, ne, weil du musst natürlich auch wieder noch mehr Risiko eingehen entsprechend, und das ist, das ist natürlich der Wahnsinn, ja, man kann nicht immer höhere, immer, sag ich mal, exponentiell höhere Ziele hinterherjagen, ohne dass, das irgendwann, ja, äh, man komplett da dran zerbricht, ja, und, äh, die, die es wirklich schaffen, es gibt natürlich ja immer Ausnahmen, ne, aber die sollten wir niemals, sag ich mal, als normal machbar für Normalsterbliche annehmen, und, äh, das ist natürlich das Falsche, das heißt, generell, ja, verallgemeinert, dass man sich, äh, insgesamt ganz konkrete Ziele setzt, die man zu erreichen hat, also, ne, ne, große Ziele im Leben, das ist ausmeistig ein falscher Weg. So, wie kann man aber dann sagen, naja, gut, dann, ne, lasse ich mich einfach gehen, sitze jeden Tag auf der Couch, ja, ne, ne, gehen vielleicht mal fünf, äh, acht Stunden Job nach, den ich überhaupt nicht mag, und, äh, die restliche Zeit verplemper ich halt mit, äh, Spiele zocken, oder nichts tun, ja, wie kommt, wie entgeht man diesen Weg? Ähm, ähm, das ist aus meiner Sicht, ähm, auch nicht so schwer, ja, man muss ein bisschen in die eigene Vergangenheit zurückgucken, so mach ich das, was sind die Sachen, die einen Spaß gemacht hat, wo man tatsächlich das Gefühl verloren hat für die Zeit vielleicht, ja, äh, außer zu zocken vielleicht, und, ähm, vor allem, wo keine Außen, von Außen Druck oder eine Belohnung im Raum standen, damit, dass man es gemacht hat, das heißt, es ist aus dem eigenen, ja, Antrieb heraus, dass man etwas getan hat, so, das ist der erste Punkt, der zweite Punkt, von diesem Punkt aus, ausgehend kann man da einen gewissen, ähm, ja, übergeordneten Muster erkennen, ja, das heißt, in welche Richtung, das habe ich zwar heute auch, ähm, gemerkt, ja, als ich, äh, wieder an der Raspberry gebastelt hab, ja, für eine Außenwerbung, und das sind so schnell vier Stunden einfach vergangenen halben Tag, ja, hab ich, äh, ne, kompletten, Mittag und Nachmittag, äh, ohne, ich hab noch nicht mal gemerkt, dass ich nichts gegessen hab zum Mittag und auch, ja, ähm, nichts getrunken hab die ganze Zeit, bis ich damit fertig war, und, äh, das, äh, das bestätigt halt auch nochmal, ja, dass, äh, diese ganzen IT-Geschichten, die ich damals gemacht hab, auch nicht, ähm, einfach so war, weil es andere gewollt haben, oder weil ich da drin einen guten Job gesehen hab, sondern weil ich tatsächlich auch immer noch dieser Interesse und auch diesen, ja, praktisch in irgendwelchen Problemen mich hineinbohren, äh, also dieses, äh, ja, Drang danach hab, ne, ähm, für, für komplexe Probleme, Lösungen zu finden, und, äh, deswegen weiß ich, ja, ich werde definitiv niemals, ähm, von IT wegkommen, ja, ganz wegkommen, und, ähm, das sind auch noch einige Projekte, auch insgesamt mit diesem Ding, was ich jetzt aktuell, äh, versuche aufzuziehen, äh, ja, äh, sowieso Sachen dabei, freut mich also, dass ich da was machen kann, und das ist eben, was auch jeder für sich selbst finden muss, ne, ähm, in der Richtung, was einem wirklich Spaß macht, ja, ohne, dass man in der Hinsicht, äh, zusätzliche Belohnung oder Antrieb braucht, und, äh, das ist natürlich auch nicht einfach gesagt, ja, äh, weil ich bin mir sicher, dass viele Menschen selbst bis zu ihrem Lebensende vielleicht nicht wirklich so was Wahres finden, ja, was ihnen, äh, was ihnen, äh, wirklich liegt, oder perfekt ist. Viele, viele, also, ne, werden irgendwo auf dieser Latte von, gar nichts bis, von 0 bis 100 vielleicht in die Nähe kommen, ja, nach dem Motto, ja, das habe ich nicht gemocht, aber nachdem ich das 10 Jahre gemacht habe, war ich so gut da drin, ja, dass ich dann wieder doch gemocht habe, und, äh, ne, diese, diese Messlatte, da gibt, da kann man, man kann sich niemals mit anderen Menschen vergleichen, ja, nur weil jemand anderes das nach 10 Jahren geschafft hat, ne, äh, sich zu bemühen und da drin tatsächlich Spaß zu finden, wo man am Anfang überhaupt das nicht gemocht hat, heißt das nicht, dass für einen selbst auch wirkt. Also, na, bevor ich zu weit abschweife, ähm, für sich selbst, ja, in sich selbst schauen, was, äh, gut gelaufen ist in der Vergangenheit, was man, äh, das heißt, wo, äh, wo, äh, wo drin man Spaß hat, ja, was einem Spaß macht und da in der Richtung, ja, eine Abstraktion zu finden, einen, einen höheren, äh, Muster zu finden, zweitens, äh, einen gewissen Maßstab für sich selbst festzulegen, nicht anhand, ne, äh, Beispiele von anderen Menschen, was die erreicht haben, was die sich, äh, vorgenommen haben und was sie geschafft haben, sondern nur für sich selbst, ja, am besten immer für kurze, kurze Zeiträume und das funktioniert meistens sehr gut, also für einen Tag, zwei Tage, hey, ich will bis morgen das schaffen, das ist auch machbar und das ist auch, wenn man daneben liegt, da hat keine Ziele, tut es auch nicht weh und das kann man, ne, sich daran gewöhnen, einfach regelmäßig sowas zu machen und drittens natürlich letztendlich, ja, immer den Balance finden, Balance ist das Wichtigste, das heißt, für alles, ja, was man macht, ob das Extremsport, ja, ob das Extremzockerei ist, äh, Krypto, Bitcoin, Pipapo, ja, oder, äh, äh, oder einfach, ne, auf der Couch liegen, also, die Extremen brauchen natürlich immer einen, einen Gegenteil, also, eben in Bezug von, ähm, Ausschläge, was, was sehr konstant ist, ne, je mehr man von den Extremen nach macht, desto mehr Konstanz braucht man auf der Gegenseite als Ausgleich und, äh, auch hier, ja, immer für sich selbst die entsprechenden Skalen, also praktisch die Stufen oder die, ähm, die, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne, also für die selbst das Bestimmen und, ähm, das war's auch schon, ja, die Sonne ist auch schon lange weg und, ähm, ja, jetzt brauche ich auch tatsächlich mal wieder was zu essen für den heutigen Tag, ähm, das war's, ich hoffe, es hat euch gefallen oder auch nicht, ja, ihr müsst gar nichts machen oder einfach eure Lebensgeschichte drunter schreiben, ich lese mir sowas immer gern durch und, äh, oder kommt ihr ins Discord, ja, Samstagabends gibt es bei uns immer die Talkrunde ab, äh, halb neun und da ist jeder willkommen, deine Geschichten zu erzählen und, äh, ich finde es immer super spannend, vor anderen Leuten zu hören, was wir alles im Leben schon gemacht haben und so weiter und, ja, für euch, mein Name ist Jig, aus dem Kumpelkampi, ciao, ciao. Kumpelkampi